Ach, schon ein Wortwitz. Hier, Baba. Hör mal, ganz kurz. Die Jungs kamen ja eben, oder hatten ein Gerät aus dem Landkreis TS geholt. Wussten nicht, was es war. Ich hab jetzt mal geguckt. TS ist Traumstein in Bayern. Und da fällt mir noch ein Witz ein. In Brüssel, ich muss dir den mal erzählen, bitte. In Brüssel, da stand letztens einer neben dem Männchen Piss und hat dasselbe gemacht. Aber da hat er hingepisst. Und da kommt ein Polizist vorbei und sagt, hey Mann, was die da machen, das können sie doch nicht machen. Dann sagt er, ja, wieso denn nicht? Der da macht's doch auch. Und dann sagt der Polizist, ja, der ist ja auch aus Bernstein. Und dann sagt der Typ, ja und? Ich bin aus Traumstein. Hast du verstanden? Ja. Das war ein Witz. Hast du gelacht? Nee. Warum denn nicht? Weil der schon so alt war. Aber gut. Aber er war gut. Eine Mama filmt mich jetzt, wie ich den Witz des Jahres erzähle. Ich wurde danach gefragt. Und ja, ich hab mir alleine ausgedacht. Kommt jetzt. Da, 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 da bin ich. Unser Nachbar, der hat sich jetzt einen Hund im Tier angeholt. Und er wollte gucken, wie gut der erzogen ist. Der hat den Hund mit nach Hause genommen, hat ihn in den Flur gesetzt und gesagt, Platz. Und der Hund, Brrrr, verstehst du? So, Brrrr, auseinandergeplatzt. Ente. Hast du gelacht? Ja, du kanntest den ja schon, ne? weil ich das держame. Oder ich kenne hier. Und ich kenne Kienen hube ali genuinely, ich kenne darauf alles.